hätte ich doch nur einen mehr gerettet. Die Lebensaufgabe eines jeden wirklichen Nachfolgers des Herrn Jesu ist, andere zu ihm zu führen. Es ist eine bedauernswerte Tatsache, dass es viele gibt, die sich Kinder Gottes nennen und die noch nie eine Seele zu Jesus geführt haben. Heute soll uns dieser Gedanke beschäftigen, dass jedes Gotteskind es zu seiner Lebensaufgabe machen sollte, andere für den Herrn Jesus zu gewinnen. Ich meine damit nicht, dass ihr Prediger werden sollt. Die meisten von uns stehen in einem ganz normalen Berufsleben, was immer unsere alltägliche Arbeit sein mag. Wir sollten es zu dem Inhalt unseres Lebens werden lassen, Menschen für den Herrn Jesus zu gewinnen. Diese Arbeit hat uns der Herr Jesus selbst befohlen. Er hat diesen Auftrag nicht nur seinen Jüngern damals gegeben, sondern jedem seiner Nachfolger. Es ist ganz offensichtlich, dass die ersten Christen dies so verstanden haben. Wir lesen in der Apostelgeschichte, die nun zerstreut waren, die nun zerstreut waren, gingen aus und verkündigten das Wort. Apostelgeschichte 8, 4 Aus dem ersten Vers des selben Kapitels geht deutlich hervor, dass dies nicht die Apostel, sondern ganz gewöhnliche Gläubige waren. Seelen gewinnen sollte zu unserer Lebensaufgabe werden, weil dies die Arbeit unseres Herrn selbst war. Ein Christsein heißt ein Nachfolger Jesu sein. Und was bedeutet ein Nachfolger Jesu sein? Für sein Leben dasselbe Ziel haben, welches der Herr Jesus hatte. Was war der Zweck und Inhalt des Lebens unseres Herrn auf Erden? Nun, wir brauchen nicht lange darüber nachzudenken. Der Herr Jesus führte in allem den Willen seines Vaters aus, um ihn zu verherrlichen. Darum konnte er auch sagen, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Lukas 19, 10 Wir sollten das Seelengewillen zu unserer Lebensaufgabe machen, weil wir dabei das unaussprechliche Vorrecht der innigen Gemeinschaft mit dem Herrn Jesu erfahren. Eine der köstlichen Verheißungen der ganzen Schrift steht in Matthäus 28, 20 Siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Es gibt wenige Verheißungen, die die Gläubigen lieber anführen als diese. Ich wundere mich gar nicht darüber, dass dieses Wort so oft angeführt wird. Wohl aber wundere ich mich darüber, dass dies so oft geschieht, ohne auf den Zusammenhang zu achten. Die Bedingung für diese Verheißung steht im vorhergesehenen Vers. Geht hin und lehrt alle Völker. Und dann folgt die Verheißung. Ich bin bei euch, alle Tage. Mit anderen Worten ausgedrückt, wenn wir seinen Weg gehen, wird er unseren Weg gehen. Wenn wir im Gehorsam hinausgehen, in der völligen Abhängigkeit von ihm, um andere für ihn zu gewinnen, so gehört uns diese Verheißung. So wird er mit uns gehen und uns diese Arbeit nicht allein tun lassen. Wir sollten Seelen gewinnen zu unserer Lebensaufgabe machen, weil uns für diese Arbeit die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes verheißen ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 1,8 Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, welche auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein. Es wird in unseren Tagen viel über das Erfülltsein oder die Taufe mit dem Heiligen Geist geredet und es bestehen die unterschiedlichsten Lehrmeinungen darüber. Aber viele, die um diese Taufe beten, lassen völlig außer Acht, wozu sie eine solche Taufe mit dem Heiligen Geist überhaupt brauchen. Diese Taufe ist immer verbunden mit Zeugnis und Dienst. Die Taufe mit dem Heiligen Geist wird nicht zu dem Zweck gegeben, dich und mich glücklich zu machen. Sie ist dazu da, uns nützlich zu machen. Wir leben in einer Zeit, wo viele Leute ausschauen nach Gaben und Segnungen, nach gewaltigen, übernatürlichen Erlebnissen. Aber es sind keine überwältigenden Gefühle und Erfahrungen, die Jesus uns verspricht, sondern die Kraft für ihn zu arbeiten. Ich beobachte öfter bei Gläubigen, wie sie von Konferenzen zurückkommen und von dem großen Segen sprechen, den sie empfangen haben. Wenn ich sie mir nachher genauer ansehe, so stelle ich mit Bedauern fest, dass sie auch nicht fruchtbarer sind, als vorher, um Seelen zum Herrn zu bringen. Ich glaube, dass, wenn sie auch irgendeinen Segen empfangen haben, es jedenfalls nicht der Segen ist, den der Herr in Apostelgeschichte Kapitel 1 verheißen und in Kapitel 2 gegeben hat. Es gibt einen Vers im Neuen Testament. Wenn ich den in der vollen Kraft und Bedeutung dessen, was der Herr uns mit diesem Wort sagen will, auslegen könnte, dann würde ich sonst nichts weiter mehr sagen brauchen. Die Gotteskinder würden hinausgehen, bereit, jede Anstrengung, jede Schwierigkeit zu ertragen, um andere zum Herrn zu führen. Das Wort finden wir in Jakobus 5, 20. Der soll wissen, dass wer den Sünder bekehrt von dem Irrtum seines Weges, der hat eine Seele vom Tode geholfen. Die Seele eines armen Trunkenboldes ist in Gottes Augen viel wertvoller als Millionen kostbarer Diamanten und alle Reichtümer der Welt. In New York hatte ich zwei Freunde. Beide standen sich finanziell sehr gut. Der eine kam zunächst nach Chicago ohne irgendwelche Mittel. Aber durch seinen Fleiß und geschäftliche Tüchtigkeit gewann er 4 Millionen Mark. Dann noch einmal 4 Millionen, dann nochmals 4 Millionen und noch einmal 4 Millionen. Als er diese 16 Millionen glücklich gewonnen hatte, geriet er auf dem Heimweg unter die Straßenbahn und starb an den Verletzungen. Er hinterließ umgerechnet etwa 16 Millionen Mark. In derselben Zeit gewann auch der andere eine schöne Summe. Ich weiß zwar nicht genau wie viel, so ungefähr 2 Millionen Mark. Dann suchte der Herr seine Familie heim und nahm ihm sein liebes Kind von 4 Jahren. Nach dem Begräbnis dieses Kindes fuhr er in der Straßenbahn und dachte an sein kleines Kind. Tränen kamen ihm in die Augen. Er hielt sich ein Buch dicht vors Gesicht, das niemand in der Bahn seine Tränen sehe. Währenddessen sprach der Herr zu ihm, Was tust du für die Kinder anderer Leute? Seine Antwort war, Bis jetzt habe ich nichts getan. Im nächsten Jahr gab er insgesamt 40.000 Mark für die Rettungsarbeit an Mädchen, die in New York auf die schiefe Bahn geraten waren. Im folgenden Jahr gab er noch mehr für dieselbe Arbeit. Später trat er selbst in diese Arbeit ein. Er gab die Verwaltung des Geschäftes in andere Hände und war oft nur zwei Stunden in der Woche im Geschäft. Die übrige Zeit verwandte er für die Errettung dieser Mädchen und versuchte sie zum Herrn Jesus zu führen. Endlich gab er sein Geschäft völlig auf. Seit Jahren reiste er durch die Vereinigten Staaten und gibt sein Geld restlos hin, um das zu suchen, was verloren ist. Er ist jetzt ungefähr 70 Jahre alt. Gott hat ihn gebraucht, um Tausende zu erretten. Wer von den beiden hat seine Zeit und sein Geld wohl am besten genutzt? Jener, der 16 Millionen Mark aufhäufte und dann alles zurückließ? Oder der Mann, der Tausende von jungen Menschen gerettet hat? Beachte das Wort. Wer den Sünder bekehrt hat von dem Irrtum seines Weges, der hat einer Seele vom Tode geholfen. Bevor ich schließe, möchte ich euch eine wahre Begebenheit erzählen. Sie ist so ergreifend, dass ich mich fragte, als ich sie zum ersten Mal hörte, ob sie sich wirklich zugetragen haben könnte. Aufgrund meiner Nachforschungen jedoch erfuhr ich, dass es tatsächlich der Fall war. Zwölf Meilen von Chicago, in der Vorstadt Evenstown, befindet sich eine große und namhafte Universität. Unter den jungen Leuten, die dort studierten, waren zwei Brüder vom Land, aus dem Staat Ohio, Eduard und Willie Spencer. Es waren zwei starke, kräftig gebaute junge Männer. Einer der beiden Brüder war ein berühmter Schwimmer. Eines Morgens ging die Nachricht wie ein Lauffeuer durch die Universität, dass auf dem Michigan-See ein Dampfer gekentert und auseinandergebrochen sei und dass bereits ein Leichnam ans Ufer gespült worden war. Die Studenten eilten sofort an den See und sahen in der Ferne den völlig zerstörten Dampfer, der sich als die Lady Elgin herausstellte. Eduard Spencer, eben dieser berühmte Schwimmer, warf seine überflüssige Bekleidung ab, band sich ein Seil um die Hüften und sprang in den See. Er schwamm zum Frack, gab dann ein Zeichen und wurde mit einem geretteten Mann ans Ufer gezogen. Das wiederholte er immer wieder, bis er fünf, sechs, sieben, ja zehn gerettet, sicher ans Land gebracht hatte. Dann ging er in äußerster Erschöpfung zu dem Holzfeuer, das seine Kameraden am Strand angezündet hatten. Während Eduard so an dem Feuer stand, Zähne klappernd, blau durchfroren, kaum entstande, sich aufrechtzuhalten und sich ein wenig zu wärmen suchte, wandte er sich um und sah in ziemlicher Entfernung weitere Männer und Frauen mit den Wellen kämpfen. Er rief seinen Freunden zu. Jungs, ich muss noch einmal hinaus und weitere retten. Sie versuchten, ihn davon abzuhalten und sagten, unmöglich, du kannst nicht mehr so weit schwimmen, du kannst niemanden mehr retten, das wäre purer Selbstmord. Aber er riss sich los, sprang in das Wasser und schwamm wieder und wieder hinaus. Und tatsächlich, er rettete den Elften, den Zwölften, den Dreizehnten, den Vierzehnten, bis er den Fünfzehnten an Land gebracht hatte. Dann zogen sie ihn ans Ufer und er wandte sich völlig erschöpft und todmüde dem Feuer zu. Während er am ganzen Leib zitterte, sah es so aus, als habe die kalte Hand des Todes ihn schon berührt. Aber wieder blickte er auf den See hinaus und sah in der Ferne einen Balken mit einem Mann auftauchen. Freunde, rief er, da ist noch ein Mensch. Und plötzlich sah er neben dem Mann den Kopf einer Frau auftauchen. Nein, es sind zwei, schrie er. Es ist ein Mann, der seine Frau zu retten versucht. Ich muss ihn zur Hilfe eilen. Obwohl seine Freunde riefen, Nein, nein, Eduard, und ihn zurückhalten wollten, sprang er doch wieder in den See, nahm alle Kraft zusammen und erreichte mühsam den Balken. Mit äußerster Anstrengung gelang es ihm, ihn richtig zu lenken und dann mit den Geretteten in Sicherheit zu bringen. Er wurde von liebenden Händen durch die Brandung gezogen. Völlig erschöpft, brach er am Ufer zusammen. Seine Freunde standen im größter Besorgnis um ihn herum. Vorsichtig hoben sie ihn auf und trugen ihn in sein Zimmer, das in unmittelbarer Nähe des Ufers lag. Sein Bruder Willi setzte sich zu ihm ans Bett. Plötzlich hörte er ein leises Hüsteln und merkte, wie Eduard versuchte, die Hand auf seine Schulter zu legen. Willi schaute seinen Bruder besorgt an und fragte, was er für ihn tun könnte. Eduard stieß mühsam hervor. Oh, sag, habe ich wirklich mein Möglichstes getan? Willi erwiderte, mein Bruder, du hast doch 17 Menschen vor dem Tod gerettet. Ja, antwortete er. Das weiß ich, aber ich fürchte doch, dass ich nicht mein Möglichstes getan habe. Bitte, sage mir, habe ich wirklich alles getan, was ich nur tun konnte? Während das Fieber in beängstigender Weise stieg, rief Eduard immer wieder aus. Habe ich wirklich alles getan? Sein Bruder versuchte ihn zu beruhigen mit den Worten, Eduard, mein Bruder, du hast doch 17 gerettet. Ich weiß, ich weiß, erwiderte er in seinem Fieber, aber hätte ich nur einen mehr gerettet. Brüder, wir stehen am Ufer einer stürmischen See. Überall sehen wir hilflos gestrandete Seelen. Sie versinken in eine dunkle, hoffnungslose, christuslose Ewigkeit. Lasst uns wieder und wieder zu ihnen hinaus eilen, bis auch der letzte Funke unserer Kraft verbraucht ist. Und wenn wir erschöpft am Ufer niedersinken, dann lasst uns noch mit glühendem Eifer im Herzen angesichts der um uns her versinkenden Menschenseelen ausrufen, wie jener tapfere junge Lebensretter, hätte ich doch nur einen mehr gerettet. Amin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020